Das ist vor allem überhaupt nicht weit weg Und immer noch ein Pilzbaum In welche Richtung bist du gegangen? Wir sind noch so lange übers Meer geflogen Warte Lauf einfach mal Richtung Lager weg Drück seine Lager Kim, bitte lass mein Kabel hin rum Ey, du wirst schwerer Oh, so ein süßes Miauzen noch Hier ist einfach mal wieder mittendrin Wie ein Chunk rumgeschnitten Der irgendwie Hi Ninko, schau mal kurz hierher Nicht hineinfallen Schau mal hierher Richtung Wasser Da ist ein Wasser Wow Kaputt geschnitten Einfach Wasser durchgeschnitten Komm Hier hinten geht's leider Ich bin kein Hund Beifußt Komm, komm Ah, da Da gibt's richtig viele Schwarzeichen So ein halber Wald aus Schwarzeichen hier Und auch so Pilzbäume Hinten ist so ein gelber Pilzbaum Ich nehm's zurück Ein brauner Pilzbaum Mit was baut man den ab? Mit Axt? Ja Nee Pilze Wofür brauchen wir eigentlich Pilze? Gibt's mal Pilzsuppe Oh Ist dir der Bogen ausgerutscht, ha? Ja, das ist so aus Versehen Das Ich vergiss immer mir Essen mitzunehmen Ich habe auch nur Sechs Steaks Gerade Wobei, ich habe vorhin was getötet Ähm Hinten ist noch so ein roter Pilz Hier sind noch ganz viele rote Pilze Nee Ich habe noch nie so einen Pilzbaum gesehen Weißt du das? Nicht? Nein, ich habe noch nie Ich habe es noch nicht mal geschafft Jemals das Pilzbium zu finden Noch nie Echt noch nie Habe ich das gefunden? Alter, wie viele Pilze hier sind Aber die Pilze Also die Riesenpilze kannst du auch Einfach einen Pilz auf den Boden Und dann mit Knochen mehr Echt? Ja Okay Dann kannst du dir auch einen Pilzhaus bauen Aber früher Früher ging das doch nur über Mycel, oder? Alter, was hier an Schwarzeichen steht? Das ist richtig viel Schwarzeiche Hier ist richtig, richtig viel Schwarzeiche Oh, nein Noch auf Mycel? Nee, hä? Also ich weiß nur Also das einmal, wo ich es probiert habe Ging es nur auf Mycel Weil ich kann Hä, wo Was? Mit wann das denn? Das schaut aber auch richtig cool aus Die Küste hier Die schaut richtig genial aus So mit dem Mit dem ganzen Zeug hier Schwimme ich mal Gibt es hier nicht irgendwo eine kleine Da muss doch irgendwo eine kleine Insel gehen Wo ich mich mal kurz ein wenig Abtauchen kann Äh, mal draufstellen kann Gibt es hier keine Insel? Nichts Nichts Oh, jetzt bin ich ein wenig Ach, weit weg Was ist denn das? Ganz viele Tintenfische, ja? Ich schwimme gerade einfach mal ein bisschen umher Ich hätte mein Boot machen sollen Da hinten kann ich mich doch mal auf eine Insel draufstellen Oder zumindest eine Insel bauen So Da baue ich jetzt mal eine Insel Aber wieso werde ich jetzt müde? Es ist mir nicht mehr spät Ja Halb elf ist jetzt Dann wenn man den nächsten Tag frei hat Dann, boah, ist man müde Noch immer so Da baue ich mir jetzt mal schnell aus dem bisschen Schwarzeiche hier Zack, eine kleine Insel So Stimmt, das schaut echt cool aus Zack Ich will ja mal hier, äh Grafikeinstellungen und so was Sichtweite ein bisschen höher Gehen wir mal auf save 14 Komm, da müsste ich doch noch die Insel sehen Von hier aus Wasser, 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 Wasser Baut sich auf Gerade baut sich nur Ozean auf Gehen wir mal ein bisschen höher hier Hm, hat gerade komisch ausgeschaut Das baut sich echt Warst du schon mal so selbst in einem Wassertempel drin? Hm, eigentlich nicht wirklich, ne Nicht? Gibt's da was besonderes? Ich schau grad auch mal noch Denk ich Nö Nicht Ich glaube er ist einfach nur so da Damit man Ja Denk kämpfen kann oder so Ich schau grad mal nach Aussicht Auch nach einem Gibt's doch nicht Muss doch irgendwo mal einer sein Wisst ihr was Ich will einfach nochmal so ein Tempel sehen Ich habe die ganze Zeit immer auf Die alten Versionen gespielt Ich will mal so ein Tempel sehen Oder darin sind Acht Goldblöcke Hm? Das, das, das Ich hab grad mal gegoogelt Da sind acht Goldblöcke drin Selaternen Schwämme Hält die Blöcke an sich Ja, Prismarin oder wie sieht das hier Ja, Prismarin Hm Ich hab wirklich noch nie so einen scheiß fucking Tempel gesehen Ich hab den Sinn von diesem Tempel-Owner nicht ganz verstanden Da gibt's eigentlich kaum was Belohnung Brauchst du nicht Prismarin zum irgendwas zum Craften? Wannst du? Warte mal Ich weiß es nicht Werben Also hier die Prismarin machen Prismarin Ziegel Dunklen Prismarinen Und das war's Ja, und der Wasserlandschaft schaut auch cool aus Ich flieg grad übrigens mal im Game-Mode rum Das Ha, Nox spielt Clicker-Heroes Dass sich jeder das Spiel jetzt runtergeladen hat Ist schon heftig So, ich komm jetzt mal wieder heim Jo Guten Tag Ich bin in deinem Haus dran Ja Da geht's runter Ich kenn mich ja bei dir aus Hab ich mal ins Bett gelegt Okay Jo Ich werd mich jetzt auch ins Bett legen Und dann Wollen wir dann langsam mal Naja Wir können uns ja jetzt mit der Nacht Ah, schon vorbei Ähm 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 Mit dem was Oh mein Gott Ja, warte Ein Stack nochmal Und einmal so Nein, das war ne Blume Ja Schwarze Eiche Na gut Dann würd ich mal sagen Ähm Machen wir mal Schluss für heute, oder? Jo Also dann Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme Tschüss Und hallo Freunde Und herzlich Willkommen Achso Da ist ein Zombie Ah Ah Okay Nein Nein So, ähm Wo war ich jetzt? Ach ja, herzlich willkommen Zurück zu Minecraft NC Ähm Ich hoffe Also heute wird's auf keinen Fall mehr Zu einer Folge kommen Heute am 19 Wo Äh, am 16 Wo eigentlich eine Folge kommen sollte Aber das ist so ein bisschen so Gute zwei Stündchen schon Zu spät Hehe So, ähm Ich würd sagen Was machen wir denn jetzt ein bisschen? Wir haben unser automatisches Feld Gucke ich mir mal das an Wie ich so ausguckt Äh Es guckt Ziemlich feltig aus Ja Es ist ein Feld Ein bisschen Okay Schaut eindeutig aus wie ein Feld Ah Hä Skelett Kavabonga Lass mich in Ruhe hier Was? Du auch Was? Kavabonga Warum denn nicht? Ach, die Druckplatte hab ich gesichert Dass keiner mehr auflaufen kann Warum? Ach egal Hey Du Traxau Stopp Stopp Ähm Heute muss Ninko mal etwas mehr reden Denn heute Ich hab's gemerkt Nach einer Nach einer guten Dreiviertelstunde Aufnahme GameDev Tycoon Hat sich meine Stimme wieder etwas verabschiedet gehabt Oh Ja Ja Aber schade Und ich merk grad Es ist ungewohnt Ich spiel die ganze Zeit Ark Und ich will auf I irgendwie Immer das Inventar öffnen Hat ich hier nicht Öfen mit reingestellt? Nö Wo hab ich denn die Öfen hin? Äh Soll ich schon mal die ganzen Kisten machen? Aber wie viel kommen hier dann? Müssten doch schon alle drinstehen oder nicht? Oh Okay Wieso sind die bei mir unsichtbar? Ähm Hast du keine Kistentextur drin? Anscheinend Noch was anderes rein Äh Da bitte Also hier schmeißen wir mal das rein Ah so langsam So langsam gewöhne ich mich doch nicht Moment Vielleicht mögen die Kisten dich noch nicht Hast du denen was getan? Ich hab keine Kisten Hast du denen was getan? Ich hab keine Kisten Vor allem die sind nur Oh meinst du sind die draußen auch Hä? Bei mir sind keine Kisten Meine Freundin Fuck 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 Wieso bist du gegen einen Baum gefahren mit deinem LKW? Was? Ach so Eurotruck oder? Ja Spielt sie gerade Ist schon recht Ist schon recht Ja ist doch gut Aus Pfui Alter was hier an Zombies rumrabbelt ey Wollen die mich hier verarschen? Äh Jetzt hat ein neuer Versuch Zack Dann spiel ich heute mal ohne Kisten Spielst du heute mal ohne Kisten? Ist auch mal schön Man muss doch nicht immer Kisten haben Wer braucht denn schon Kisten? Ach jetzt hab ich wieder auf I gedrückt für Inventar Das leck mir doch am Arsch Steht so rum Ja dann drück Dann Leck jetzt schon wieder Dann weiß ich das Dass ich dann später bei Arsch Sowieso wieder auf E drück Fürs Inventar Ähm So Jetzt hab ich den Faden verloren Was wollen wir denn eigentlich mal ein wenig machen? Wir haben doch alles gebaut Brechen wir das LP jetzt hier ab oder? Gut Leute Dann würde ich sagen War's das? Ja Und Also ähm Ich weiß es nicht Was machen wir denn jetzt mal ein wenig Mir fällt es hier irgendwie nicht Hier schaut es so irgendwie nach nichts aus So einfach mit ein paar Häusler hingeklatscht Komm wir bauen jetzt mal ein paar Wege oder sowas Ah diese Kisten Äh Verzaugungstische bräuchten wir jetzt noch Also ich mach Dann ist hier ein Netherportal Ich mach jetzt hier erstmal Wo wollen wir das Netherportal hin machen? Ähm Ein bisschen weiter weg Weil das wupp 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 Das geht dann auf den Sack Ähm Ich werd Nö ich weiß jetzt was ich mach Ähm Ich werd ein bisschen die Stadt aufhübschen Ich mach erstmal einen Weg aus Kies Ja Okay Ein Weg aus Kies Du sollt heute eigentlich mal ein bisschen Stripmine Weil wir irgendwie keinen Koppel haben oder? Bist du dir sicher dass du Stripmine willst Während ich auch noch auf dem Ich geh in keine Höhle Wenn eine Höhle da ist Geh ich sofort wieder zurück Oh mein Gott Ich muss Kisten suchen Äh Jetzt soll ich sie dir markieren Also hier ist eine Ich stell mich immer drauf Hier ist eine Ja aber hier sind die Waffen drin Hier ist noch eine Ach hier ist noch eine Ah Hier wär noch eine Und Hier ist noch eine Unter mir So äh Ich weiß nicht Mach ich mal Kies Oder mach ich mal anderes Ich weiß nicht Ich nehm irgendwie immer Kies Was hätten wir denn noch zur Auswahl? Was sind das? Böken Es gibt ja auch das Äh Demodrit Finde ich Mit Kies Mit Kies und Erde Also So ein Karomuster Musst du mal machen Ins Äh Ins Crafting Table Ein Karomuster? Zwei Kies Zwei Kies und zwei Erde Gibt's jetzt so einen So einen neuen Wege So eine Erdwege Die sind halt nicht wachsen Grobe Erde steht da Genau Was die ich glaube ist Ich hab keine Ahnung was du Welche du meinst Ja ja grobe Erde Die meine ich Okay machen wir mal grobe Erde Keine Ahnung wie die aussieht Ich weiß nicht was es die jetzt gibt Etwas dunkler als Kies schaut sie aus Mehr nicht Aber wir Da wir eh kaum Kies haben Sparen wir uns da ein bisschen was So Ich war übrigens vorhin so Vorhin so am TS Wo du nur noch auf Sturm geschalten warst Die ganze Zeit Also ich glaube wenn noch irgendeiner drin gewesen Der hätte mich auch für Psychisch krank erklärt Wie besonders Und hast du dir denn schon GameDev Tycoon angeschaut? Ja Hab ich schon Ich glaube es war wieder eine Frage dazwischen Nicht dabei Was? Bei Prison Architekt glaube ich auch Da hat wieder eine gefehlt Oder glaube ich schonfalls Da hat eine gefehlt? Ja Ich glaube Wieder hat eine Ja bei Prison Architekt ist es mir auf jeden Fall aufgefallen Dass da schon wieder irgendwie Ich verstehe es nicht Ich lasse ja sortieren Nach Namen Und Fraps Du dir die Uhrzeit Den Startpunkt Und die Startuhrzeit Als Namen einsetzen Und alles Deswegen verstehe ich es nicht Warum Das ab und zu Durcheinander kommt Vor allem Ich sehe es ja dann auch nicht Ich An den Folgen Oder sowas Ich denke mal Hm passt schon Schneide es zusammen Und dann Fällt es mir so richtig Erst auf wenn ich es hochlad Und Hm Und dann ist es schon zu spät Da könnte ich mir immer so einen Arsch beißen Ne ist echt so Da könnte ich mir so einen Arsch beißen Und ich weiß nicht woran das liegt Okay ich gehe dann mal Wieso gehst du? Ich will mir doch einen Arsch beißen Nicht dir Oh da war die Schaufel kaputt Moment werden wir doch bestimmt noch essen oder? Wir haben noch Fleisch Ich habe mir gerade mal ein bisschen Pilzzeug gemacht Weil ich immer gedacht habe Ich habe sauviele Pilze Und weiß nicht woher Haben wir die irgendwo hergekriegt Die Pilze? Weiß ich nicht Als du auf Tour warst vielleicht so Ich war auf Tour Naja keine Ahnung Irgendwo da hinten Niko die Aufnahme ist mittlerweile so lang her Ich kann mich an nichts mehr erinnern Ja da wo du die Häschen getötet hast Die ich angegriffen habe Ich habe Häschen getötet? Ne jetzt ohne Scheiße Ich habe Game Death Tycoon Zwei Wochen zuvor aufgenommen gehabt Und ich wusste einfach gar nichts mehr drüber Und so ähnlich geht es mir gerade hier auch Einfach Die letzten paar Tage waren bei mir wieder so Also halt Ups Die paar Tage waren wieder so stressig Von mir von der Arbeit her Und dann zu Hause Naja War ich einfach komplett im Arsch Ich habe einfach komplett In Sachen Mein力